Hallihau durch, liebe Leute und willkommen zurück zu Portal 2 zu diesem komischen Level, wenn wir nicht weiterkommen, oder doch, weiterkommen wir bestimmt, wir sind jetzt schon ziemlich weit gekommen. Ja, wir, es ist, denk ich mal, kriegen wir in der Runde auf jeden Fall gebacken. Wir müssen halt mal gucken, was wir halt rausschneiden, weil wenn wir halt ziemlich viel rausschneiden, dann könnte es auch sein, dass die einzelnen Parts wieder 10 Minuten werden und dann lohnt sich das halt noch nicht mal daraus drei Parts zu machen, ne? Verstehst? Ja, das wird, das, das kriegen wir schon hin. Einfach da, wo wir ein bisschen gehangen haben, das passt dann schon. So. Ja, sonst schneiden wir einfach zwei Parts zusammen, oder, keine Ahnung, wir gucken einfach mal dann. So. Ja, das können wir dann auch nochmal besprechen. Äh, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen. Ja, oder einfach selber machen. Weil es geht umso wesentlicher. Warte mal, können wir das irgendwie weiter raufsetzen, können wir auch nicht. Ne, können wir nicht. Ich weiß nicht. Außer, wir benutzen nochmal dieses komische, du weißt, die, äh... Ich glaube, das ist gar nicht die... Dieses Blubber-Zeugs, womit wir jumpen können und machen das hier, da, da, da... Ja, 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 mach da, mach da ein, dein Portal, mach da dein Portal hin. So, perfekt. Also, jetzt müssen wir erstmal runter. Äh, aber warte auf der richtigen Seite. Du brauchst ein Würfel. Komm, komm hierhin. Ja, wo bist du? Ne, oder ne, bleib, 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 ne, du musst ja, du musst ja. Wow, jetzt ist halt das geschlossen. Komm, komm hierhin, nimm dir einen Würfel. Nimm dir, nimm dir diesen Würfel, ja, okay, egal, ich leg den hier wieder hin. Und dann geh wieder in diesen, in diesen Raum mit dem Blubber-Zeugs. Ja, okay, da kommen wir halt jetzt nicht... Oh! Hä? Was? Ah, jetzt ist ja das Teil da weg. Ah, ja, stimmt, stimmt. Ähm... So, warte, dann hau ich das mal da hin. Hätt nicht gedacht, dass du das noch so... Hä? Oh, hat nicht funktioniert. Jetzt. Dann, nimm dann, nimm dann, nimm dann, äh, helleres Portal und tu das da und auf das Blubber-Zeugs. Wie schaut das aus? Ja, perfekt, jetzt haben wir da so ein, so ein Blubber-Teil. Und damit könnten wir vielleicht da drauf jumpen. Warte mal? Und jetzt ein, äh, das Problem ist jetzt nur, du musst jetzt hier rüberkommen ohne, ohne den Würfel kaputt zu machen. Das heißt, ich muss, ja, okay, was heißt ohne den Würfel kaputt zu machen? Oh. Ne, es funktioniert so auch. Warte mal, wo ist dein erstes Portal? Ach, da unten, warte, ich kann mal kurz rüber. Jetzt sind deine Portale weg, ne? Ja, also... Ach, scheiße, stimmt. Ja, das ist... Warte, nee, warte mal. Da machst du das, warte. Oh, scheiße, jetzt, wenn jetzt bin... Oh, mach du mal ein Portal hier und hier und ich muss ja jetzt auch rüberkommen, ohne dass meine Portale kaputt gehen. Weil sonst ist ja das, das ganze Teil da hier weg. Mach mal, mach mal ein Portal dahin. Nee, 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 da ist ja schon ein Portal. Scheiße. Das da? Ja, perfekt. Äh, jetzt brauche ich noch ein Portal, irgendwo so sicher durchkommen kann. Zu dir. Auch immer du bist. Äh, 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 warte mal da drüben. Ja, da oben, einfach da oben, einfach da oben, oben, oben. Hä? Ah, Moment. Da. Danke. Scheiße, das geht nicht. Ach, das... Moment. Ja, 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 ja. Es funktioniert. Ja, ich hab's, ich hab's. Perfekt. Ja, weil ich konnte jetzt gar nicht rüber springen, okay. Beispielsweise, ich geh jetzt hier runter. Oh, weil... Nimm, nimm du den letzten Würfel. War das die richtige Seite? Der, ja, jetzt haben wir zwei Würfel auf der einen Seite. Ähm, aber ich hab ja hier, ähm, warte mal. Ich, ich, ich geh mal, ich geh mal kurz darüber, da sind meine Portale kaputt. Das ist, glaub ich, Absicht, so. Ja, das ergibt mich tragisch, warte, dann machst du dein, äh... Ich mach jetzt einfach mal hier. Warte, jetzt haben wir alle vier. Jetzt können wir... Warte mal, wo hast du deine Portale gerade gesetzt? Hier, genau. Passt, warte, damit ich da... Dann nehm ich einfach die... Nimm dann einfach das eine mit und ich nehm das andere mit. Und dann müssen wir jetzt... Warte, wir müssen irgendwie drauf kommen. Nee, ich muss eins mitnehmen. Nein, 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 du bleibst drüben, du bleibst drüben. Ja, ja, meine ich ja. Du bleibst drüben, du hüpfst jetzt da nacheinander rein. Das ist jetzt zwar irgendwie ein bisschen Knochenjob, aber, äh, geht schon. Moment, das geht nicht. Hä? Wie sollen wir jetzt die anderen drei da reinbekommen? Ja, ja, das frage ich mich auch gerade. Warte mal, hier ist ein Portal, ne? Hier oben noch. Obwohl, nee, das haben wir ja benutzt, um hier, äh, durchzukommen. Warte mal. Warte mal, wenn du da oben dein Portal hinsetzt und dann... Nein, das geht auch nicht. Doch, Moment. Doch, das geht. Geht, geht. Wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier oben bleibe und ich mach jetzt... Bleib du mal da, bleib du mal bei den, bei den ganzen Würfeln. Bleib du mal bei den ganzen Würfeln. Warte, setz du doch einfach dein Portal, äh, hier hin. Da unten, da unten. Dann müsstest du... Doch, da unten hin. Doch, da unten hin. Passt. Ich kann das auch machen. Ey, nicht reinjumpen, wir können da noch reingehen. Wow. Okay. Ja, ich kann das jetzt auch machen, pass auf. Ja, das kann es ja jeder machen. Jetzt gehen wir da einfach hin und her. Und jetzt gehe ich, jetzt gehe ich einfach wieder hier durch. Wow. Das macht ja nichts. Dein Portal ist... Ja, jetzt, jetzt, ich muss immer die Portale nochmal neu setzen. Das ist halt, das ist... Ah, nein. Scheiße. Jetzt könnte, jetzt könnte ich da oben kein Portal mehr setzen. Ah, doch, kann ich... Ja, du musst da rüberjumpen einfach. Ja, das... Aber dann gehen wieder die Portale kaputt. Dann geht mein Portal wieder kaputt. Scheiße. Hä, wie soll das funktionieren? Wir haben irgendwas falsch gemacht. Warte. Da ist aber auch nochmal... Wir dürfen da nicht durchgehen. Einer darf da nicht durchgehen. Das ist das Problem. Weil, wenn jetzt einer rausgeht, dann ist halt... Ja, dann muss ich einfach immer die Arbeit erledigen. Warte, dann müssen wir jetzt hier irgendwie runter... Scheiße, wir müssen jetzt den einen wieder zerstören. Wir müssen den einen wieder zerstören. Und wir wissen nicht, welcher das ist. Das ist jetzt das Problem. Ja. Ah, das war der einfachste. Okay, gut. Komm rüber. Dann machen wir das wieder mit dem Hin- und Herjumpen. Äh, mit dem Timing. Ja, ja. So. Oh mein Gott. Das ist echt hier so. Aber ich find's geil. Ich mag das Spiel übelst. Warte. Ich auch. Äh, Moment. Moment. Äh, okay, passt. Hupf rein. Sag mir einfach und... Warte mal. Ups. Warte, warte, warte. Ja, ich jump einfach. Okay, passt. Voll zerstören. Ich find's schaut so putzig. Das Level-design... Äh, das Design gefällt mir einfach so gut. Von den Viechern. Das ist einfach genial. Warte. So, äh, jetzt müssen wir das noch rüberkriegen. Warte, ich setze drüben. Und mach jetzt dein Pater. Ja, ja. Scheiße. Ja, nee, das passt schon. Das passt schon. Genau. Eins. Und... Und zwei. Dann komm ich rüber mit dem... Mit dem Timing. Hallo. Hi. Ja, ist das putzig. Ich feier das Spiel. Sehr geil. Okay, jetzt müssen wir so machen... Ja, gut, dass ich dir das rekomendiert hab. Oh, ja. Ich hab mir überredet gesagt. So. Du machst jetzt oben deine Portale hin. Ja. Und ich wusel nacheinander da durch. Du bleibst da dann einfach oben in den Raum. Hä, wo bist du hin? Ja, mach ich. Ja, ich muss ja erstmal da hochkommen. Hui. Warte, ich muss auch erstmal da durchkommen. Warte. Ich muss jetzt mal mein Portale hinsetzen. Da ist noch eins von dir. Oh. Was hab ich jetzt gemacht? Äh. Oh, ich hab zu früh weggenommen, glaub ich. Oder? Ja, das darfst du nicht machen. Ja. Warte. Du musst die erst gesetzt haben und dann musst du einfach oben warten. Ja, ja, natürlich. Aber ich muss jetzt erstmal da oben sitzen und dann unten. Und dann unten und dann nochmal rüber hin. Ey, es ist ja cool. Und jetzt unten. Pass auf. Und dann muss ich erstmal durch und dann kannst du den wegnehmen. Okay, bist du oben? Ja, ich bin oben. Du kannst den wegnehmen. Lalalala. Du darfst ja nicht runtergehen. Du kommst ja nicht mal zurück. Du kommst ja nicht mal zurück. Dann bleib da unten. Ist doch egal. Bleib da unten. Ich hole die. Ich hole die. Ist doch egal. Nein, 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 nein. Bleib da. Ich setze den da jetzt hin und dann gehe ich einfach wieder runter. Ist ja wurscht. Ich kann ja hin und her wuseln, wie ich will. Stimmt. Das ist ja wurscht. Hauptsache, du bleibst in dem Raum. Ja, aber dann brauchst du ja nicht den Umweg. Du kannst den einfach runterschmeißen und dann direkt den nächsten holen. Ja, genau. Weil dann machst du das mit dem Setzen. Eben. Kann ich machen. Sollange du nicht irgendwie in die Laserwand rein. Ja, jetzt kommt der letzte und dann ist die Tür schon auf. Und dann müssen wir die Map geschafft haben. Wir sind die Böchten. Tja, ich könnte das jetzt hier hinsetzen. Oder. Ja, setz dir rein. Nichts. Und es ist nichts passiert. Hä, what the fuck? Doch, wir müssen schon durchgehen. Oh. Doch, perfekt. Schon durch. Ja, wir haben es geschafft. Du gehst in deine Kammer und ich gehe in meine Kammer. Ich könnte da jetzt reingehen. Oder ich gehe wieder zurück. Geil. Ja, Daumen hoch für die Map auf jeden Fall. Ja, man. Richtig nice. Hat richtig Spaß gemacht. Können wir ja mal gucken, wie wir es zusammenschneiden. Das könnten wir eigentlich sogar in nur zwei Folgen zusammenschneiden. Wenn wir so noch ein bisschen was rausschneiden, dann ist das jetzt nicht so schlimm. Ja, da können wir aber auch drei raus machen. Das sollte kein Problem sein. Also dann, Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben es ja eigentlich ganz gut über die Runden bekommen. Und dann werden wir uns in der nächsten Aufnahme der nächsten Map widmen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Das hat Spaß gemacht. Ja, geil. Geil. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das gut gefällt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.